Hallo, heute möchte ich ein fast vergessenes Flamenco-Instrument vorstellen, die Caña, besser gesagt Caña Rosiera. Dieses Instrument wurde früher oder auch zum Teil heute in den Sevianas eingesetzt, die auf den Romarias gesungen wurden. Ein aufgeschnitztes Bambusrohr, wie der Name sagt Caña, das hier noch speziell bearbeitet ist. Meisterlich gespielt können es tatsächlich die Balmeros 1, 2 oder gar 3 ersetzen. Balmeros, das sind die Spezialisten für das Händklatschen und es klingt tatsächlich täuschend, echt nach Palmers. Diese Caña erhebe ich in den 80er Jahren von einem guten Freund aus der Peña Flamenca Sierra Blanca in Marvella. Er hat das Instrument auch sehr virtuos beherrscht und hat es auch in seiner Schreinwerkstatt professionell hergestellt. La Caña. Bildern hay, als de Wallahme. Der Peña Flamenc Untertitelung des ZDF, 2020